Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dyson's Fairprogramm. Wir machen direkt weiter, obwohl wir es letztes Mal aufgehört haben. Wir werden kurz eine Kleinigkeit noch machen, dass ich dann auch nur noch die Drohnen überall brauche. Ja, habe ich noch nicht. Versendet. Rein. Erhält. Dann werden wir einmal mit auf diesem Planeten fliegen. Wir werden einmal schauen, dass wir genügend Silikon mitnehmen. Demnächst werden wir dann die Silikonproduktion insgesamt voranbringen. Damit wir auch weitermachen können. Aber jetzt haben wir manchmal die Längerung und Vergrößerung unserer Weltproduktion und Sorterproduktion. Und danach kann ich mal gucken, wie ich alles mache. Mit dahinten haben wir unseren wunderschönen Windpark. Unser wunderschöner Windpark. Okay, das geht dann von hier aus rüber. Das geht nach oben. Es läuft hier entlang. Hier geht es dann runter. Und geht hier rein. Easy. Dann machen wir ja noch einmal Silikon. Komm, Drohnen. So, die Drohnen gehen hier durch. Dann muss ich mich einmal aufladen. Nehmen dann relativ viel Silikon mit. Und guckt dann, dass wir demnächst hier nochmal eine Produktion von Kupfer machen. Dass wir dann die schon mal hier produzieren können. Weil das ist essentiell wichtig. Den Kupfer habe ich direkt hier drüben. 2, 2. Weitermachen. Gut, die Frage ist, wenn ich das hier so einfach kopiere. Einmal kopieren, ohne das, ohne das. Use now. Einmal hier. Und ein kleines bisschen daneben. Wählen wir wieder Bails und alles. Okay. Ich brauche hier mehr Energie auf dem Planeten. Davon will ich auch eine komplette Produktion. Dass ich da den ganzen Planeten mit bestücken kann. Das nehme ich mal kurz mit hier rüber. Dass ich hier alles produzieren kann. Stehe ich einmal in die Mitte. Und dann sehen wir relativ zeitnah. Und sind gut, wenn wir hier Solarpaneele hinsetzen. Sollte es eigentlich ziemlich gut laufen. Das schuldige uns ja. Ja, einen guten Boost geben. Vor allem, wenn ich hier oben alles. Hier kann ich schön. Einen kompletten Planeten vollklatschen mit Energie. Da kann ich dann. Den selben Trick machen wie Archer. Er hat mir nämlich damals gesagt, er hat hier Energie Storage gemacht. Hat das aufgeladen. Und hat das mit dem hier aufgeladen. Durch die Solarpaneele. Und dann kann man das wieder entladen mit dem hier. Also man lädt es auf dem einen Planeten auf. Liefert es auf dem anderen. Und entlädt es auf dem anderen. So hat man eine sehr gute, unendliche Energiequelle. Das wollen wir ausprobieren. Und werden da auch noch mehr brauchen. Das hier machen wir einmal weg. Machen hier Kupfer rein. Dann haben wir hier eine Kupferproduktion. Das wären halt jetzt noch die Sachen. Den Rest, was wir an Inventarplatz haben, nehmen wir für Silikon mit. Hier kann ich nichts machen. Dann kann ich auch nichts machen. Heißt, wir fliegen wieder rüber. Einmal straight forward. Denn es ist delicious. So, 75 AU. Ja, komm. Wo sind wir denn? Hier unten ist der Planet. Da fliegen wir direkt hin. So. Sortieren alles. Da haben wir 300 mit drin. Da wollen wir aber bloß 5. Das Insta 5 rein. Tu mal. He he he. Das tue ich hier mit rein. Hier mache ich die noch rein. Das mache ich hier noch rein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich nehme ein paar Prozessuren mit. Das, was ich mitnehmen kann. Dann brauche ich Kupfer ganz viel. Und mach. He 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 he. Natürlich höre ich das so raus. Muss ich alles wieder mitnehmen. Okay, dann bauen wir hier. Gut. Wir müssen so eine Prozessorenwerkstatt bauen. Die Frage ist, ob ich dir hier jetzt die ganzen Sachen raushau. Und dann hier einfach kurz Prozessoren machen lasse. Hier ist Silikon rein. Nein, keine Prozessoren. Wir brauchen Circuit Boards. Nein, keine Circuit Boards. Und das hier. Nehme ich hier nochmal ein weiteres mit. Ich habe keine Bänder und keine Welts. Hier das Ganze mal raushauen. Gut, weil es kommen noch keine. Aber Bänder haben wir hier ein paar. Können wir schon mal was mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, eins reicht ja. Aber nee, tut es nicht. Ich wollte noch ein weiteres. Gut, kann ich jetzt machen. Ich muss ein paar Dröhnchen machen. Wenn ich dann Drohnen habe. Gut, ich könnte 100 machen. Das will ich aber jetzt noch nicht. Zwei, eins. So, 20 kann ich ohne Probleme machen. Dann muss ich das hier bestücken. Das hier muss ich bestücken. Hier sind zehn drin. Hier. Aber hier habe ich doch auch schon eine... Gut, wenn ich das nicht bestückt habe, funktioniert das auch nicht. Äh, neun, zehn. Okay. Dann sind wir schon mal bei MK1. Hier hätte ich gerne nochmal Drohnen. Ja, Prozessoren fehlen uns. Dann holen wir uns hier jetzt kurz. Hey, kann ich nicht machen. Kupfer. So viel wie geht. Tun wir es oben rein. Ne, nochmal kurz 20. Kupfer alles rein. Dann muss ich auch mal kurz hier die Produktion gucken. Ja, kann ich nicht machen, weil Lack of Item. Das ist MK2. Gut, MK2 kann ich welche machen. Da habe ich alles dabei. Also MK2 kann ich effektiv nutzen sogar. Das ist gar kein Problem. Da, komm, 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 bots. Zehn Stück. Die ersten zehn haben wir hier. Weiß Drohnen sind drin. Hier habe ich leider noch keine. Hier muss ich aber auch rotes Materium auswählen. Dann geht es nämlich mit der Forschung weiter. Gut, die 20 Prozessoren kann ich auch so machen. Ich will jetzt nur kurz die zehn Prozessoren für hier. 99.000 sind hier nur noch. Okay. Das dauert nicht mehr lang, dann ist hier leer. 66 die Minute, das ist ja nichts. Ja, ich brauche mehr so Eisen. Dieses Eisenvorkommen schwindet dahin. Wenn ich dann hier auch das über die Produktion mache. Dann kann ich hier nochmal anderweitig Eisen bekommen. Gut, hier Kohle und Ding läuft. Gut, die Kohle baue ich jetzt generell auch um einmal. Danke, Research Speed. Ja, nicht, kein Research Speed. So, dann fliegen wir einmal hier rüber. Dann machen wir mehr Motoren. Nochmal zwei. Reicht das? Nee, oder? Hier haben wir 22,5. Hier haben wir aktuell eine Produktion von... Oder einen Überschuss von 0. Eigentlich auch 22,5. Hier haben wir 1.300. Möchte es nochmal ein bisschen verlängern. So, so. So. Und dann hier. Und hier noch da. Sehr gut. Wichtige Forschung. Und dann nochmal ein Output. Nochmal Energie. Es ist zwar hässlich wie nochmal was, aber... Es erhöht unsere Produktion. Und das ist das Wichtigste. Gut, da bin ich lecker verweiten. Dann gucke ich mal, dass ich nochmal ein paar... Gut, ich habe 10 Drohnen. Wenn ich da dann welche hier rüber bekomme, dass ich hier im K3 bauen kann, wird es schon ziemlich lecker. Hier. Natürlich. Reicht nicht. Was fehlt denn? Ja gut, Eisen. Da muss ich gucken, was ich mit der einen... Mit dem einen Ding mache. Das ist halt schon echt nicht so super. Jetzt 800.000. 1,1 Millionen. Gut, wenn ich hier auf MK3 gehe... Das war es tatsächlich schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, wir kommen hier jetzt voran, dass das hier ein bisschen einen Puffer hat, jetzt bald. Wir brauchen... Wir brauchen... Friedenstehsachen. Wir brauchen vor allem hier einen größeren Output. Mit dem größeren Output kann ich dann wieder mehr machen. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.